weber's island ist da und es gibt ein neues easter egg was wir machen können bzw gibt es drei aufgaben die wir absolvieren sollten um eine geheime waffe freizuschalten oder auch wie schalte ich den easter egg bauplan frei bevor ihr weiter rein starten will ich euch nur den kurzen hinweis geben hier auf youtube wird es weiterhin geiz geben zu allen möglichen spielen auf die ich ebenfalls bock habe wie zum beispiel diablo oder eben auch diese call of duty easter eggs und co und auch für zukunft zombies ich habe die vorher gesplittet auf tik tok folgt mir gerne auf tik tok denn dort machen wir auch die ganzen waffen setups und co kommen allerdings viel besser zur geltung bzw sind die eh nur ganz kurz und zum abspeichern gedacht ist besser und easy to use für euch hier wird es auf jeden fall komplexe videos bzw geiz videos geben lasst also gerne ein abo da würde mich unheimlich weiterhelfen und wir gründen hier in unregelmäßigen abständen zunächst weiter jetzt gründen wir aber das easter egg weiter zum anfang ist das ganze relativ simpel natürlich ist es besser wenn das ganze im team macht solo wird das durchaus schwer nichtsdestotrotz gleich zu beginnen starten wir und landen in factory in factory allein gibt es mehrere rote kisten versteckt hinter türen treppen und ähnliches ich kann euch nur empfehlen und zwar wenn ihr in factory unten am boden landet direkt in der mitte habt ihr die tür durchs fenster rein nach rechts seit dem mitten im treppenhaus und dort unten angekommen seht ihr hinter dem gitter so leicht versteckte rote kiste wenn wir auf diese kiste schießen dies wie gesagt auch an den anderen gibt der verpissen wir uns zwar sofort richtung habe also raus rein ins wasser habe angekommen haben wir mehrere gebäude uns geht es um das rechteckige gebäude was auch quasi neu dazu gekommen ist und zwar das gebäude mit dem hangar nummer sechs unten könnt jederzeit ganz normal reingehen durch den wassertunnel durch die tür wir öffnen allerdings die tür oben mit der id-karte die wir bekommen haben dort findet ihr immer eine drohne und ihr müsst mit dem computer interagieren damit schaltet ihr nämlich den strom wieder an jetzt geht es von habe direkt weiter zu chemical engineers denn dort gibt es auf drei verschiedenen ebenen die russischen buchstaben die wir finden müssen die zahlen beinhalten und diese zahlen müsst ihr euch merken weil wir dort später mit wasserpumpen ebenfalls in chemik interagieren am besten arbeitet ihr euch von oben nach unten und angefangen findet ihr den ersten buchstaben das ja welches die numero fünf ist diese zahlen müssen uns merken denn bei den wasserpumpen ist genau diese säule hinterlegt wenn wir jetzt runter laufen finden wir in der mittleren etage am anderen ende das wäre welches die zahl zwei hat und ganz unten findet ihr zu guter letzt genau neben den wasserpumpen den letzten buchstaben welche hier die nummer sieben hat jetzt gehen wir in den nebenraum versucht natürlich die türen zuzumachen gibt euch gegenseitig deckung und hier seht ihr ebenfalls drei terminals mit denen interagieren könnt bevor wir an die computer angehen aktivieren wir den wasserstand beziehungsweise setzen diesen zurück mit dem button der links daneben ist nicht zu verfehlen roter button mit dem terminal ganz links könnt ihr ebenfalls ganz links die wasserpumpe nach oben machen und zwar nur diese dem terminal in der mitte setzt ihr automatisch alle äußeren nach oben mit dem terminal ganz rechts bewegt ihr die wasserpumpe in der mitte wir geben also zuerst die zahlen so ein dass wir die niedrigste zahl freeze haben um dann zu guter letzt alle zahlen gleichzeitig nach oben zu machen ihr habt einen ganz minimalen kleinen ton bekommt aber den hinweis dass der wasserstand wieder aktualisiert ist mit den 1000 xp punkten von diesem terminal können wir direkt zu industries durchlaufen gehen also instant hier raus durch den tunnel sorry übrigens noch mal hier für den vollstrecker am ende des tunnels müssen wir dann die treppen hoch und oben bei industrie ans gekommen seht ihr schon den ganzen terminal und ihr müsst hier genau die letzte aufgabe machen wenn wir uns umdrehen sehen wir dort den computer der festplatten zustände hat in prozenten und von der höchsten zahl zur niedrigsten zahl beginnend haben wir den zahlen code für das zahlen pad links womit wir die dritte und letzte aufgabe erfüllen und wenn wir das gemacht haben sehen wir dass alle punkte rechts leuchten interagieren wir jetzt mit dem letzten schalter haben wir nicht nur die verbesserte drohne sondern auch den dg 56 bauplan zeigen gewährchen okay ist nicht meter bauplan meister wir sehen uns zu den nächsten geist